Musik Einige Wochen lang verbrachte Pinguin-Mädchen Judith hinter den Kulissen in der liebevollen Obhut ihrer Tierpfleger, um das selbstständige Fressen zu lernen. Zuvor verpassen Dave Nelde und Sebastian Behrens ihr noch ein kleines grünes Armband als Erkennungszeichen. Jeder unserer Pinguine hat einen Mikrochip unter der Haut, nur den sehen wir Pfleger halt nicht. So können wir die eigentlich immer gut identifizieren, aber dass wir das halt äußerlich auch gut sehen können, kriegen die so einen Kabelbinder mit ein paar bunten Ringen quasi um. Die weiblichen Tiere auf der linken Seite, die männlichen Tiere auf der rechten Seite. Und somit können wir quasi immer auch von Weiden oder wenn sie taucht, sehen, dass das Judith ist. Und den wird sie hoffentlich jetzt eine Weide umhalten. Doch heute ist der große Tag für das kleine Pinguin-Mädchen. Es darf zurück in seine Familie. So Judith, du ziehst um. Ab in die große weite Welt. Auch für die Tierpfleger ist das ein spannender Moment. Wie wird Judith von der Gruppe aufgenommen werden? Judith ist quasi 80 Tage bei seinen Eltern groß geworden. Das heißt, die Eltern haben quasi alles gemacht, was so ein Elterntier machen muss. Die haben das Ei bebrütet. Dann ist Judith gestüpft mit 80 Gramm und ist ungefähr bis anderthalb Kilo groß gefüttert worden. Und dann ist es in der Natur, genauso wie bei uns im Tierpark, dass die Eltern die Jungtiere im Stich lassen. Das heißt, die gehen einfach aus der Höhle raus, fressen sich eine dicke Speckschicht an, weil dann die Mauser beginnt. Und dann müssen die Jungtiere alleine aus der Höhle rauskommen und alleine anfangen zu fressen. Und das ist halt die Schwierigkeit. Und da da viele Jungtiere auch in freier Wildbahn sterben, machen wir es bei uns im Tierpark so, dass wir die hinter die Kulissen packen und dem Pinguin zeigen, wie so ein Pinguin im Zoo fressen muss. Also der Zeitpunkt war einfach der, dass wir jetzt gesagt haben, sie ist so weit, dass sie wirklich alles kann. Also sie frisst den Fisch einwandfrei, alle Sorten an Fisch. Und vor allen Dingen, was wichtig war, dass sie den im Wasser frisst. Das heißt, sie werfen den Pinguin hier in die Gruppe rein und jeder Pinguin stürzt sich eben auf den Fisch. Und bei Judith ist es eben auch so, dass sie jetzt hinter den Kulissen diesen Fisch sofort gefressen hat im Wasser. Und so können wir sicher sein, dass sie hier eben genug abkommt. Die Gruppe macht einen gelassenen und ausgeglichenen Eindruck. Die Befürchtung der Tierpfleger, dass die Jungtiere des vergangenen Jahres rabiat werden, um Judith erst einmal unterzuordnen, bewahrheitet sich zum Glück nicht. Es ist natürlich ein schöner Moment, wenn jetzt der kleine Pinguin wieder in der Gruppe rumschwimmen darf. Es ist natürlich für uns Pfleger auch schön, wenn die hinter den Kulissen sitzen und wir so ein bisschen mehr Kontakt mit denen haben, als wenn die in der Gruppe sind. Aber so ist es natürlich für den Pinguin auch viel schöner, wenn er in der großen Gruppe mit allen Pinguinen zusammenschwimmen kann und auch richtig schön tauchen kann. Weil unser Becken ist ja auch echt schön tief. Man sieht den Unterschied ja zwischen den alten Pinguinen und den Jungtieren ganz doll und auch unter Wasser eben, weil sie diesen weißen Streifen am Kopf zum Beispiel nicht haben. Das sieht man dann halt auch beim Abtauchen. Die Mission ist auf jeden Fall geglückt. Also sie ist glücklich und springt hier rum. Das ist auf jeden Fall gut. Das sieht man aus. Vielen Dank.